Hallo Leute und herzlich Willkommen zum neuen Motorvlog mit Oli. Der hat die Kamera rum, der hat ein Fake-Gofro, weil er kein Geld hat, aber alles wird gut. Alles wird gut, Oliver. Wir wollen euch testen, wie schnell das Moped geht, weil jetzt alles wieder geklappt hat. Ihr wisst das gar nicht vom Video. Nach einem Video von einem Wheelie machen bin ich nochmal umgefahren und dann ist etwas passiert. Das blende ich jetzt ein. Der Moment, dass man Wheelies macht, und dann das passiert. Hat nicht so gut ausgeht. Das war hin, das war hin. Bad ist wieder repariert, alles gut. Und jetzt muss ich euch was sagen. Ich seh das hier nicht. Seht ihr das da drinnen? Nein, das sieht man gar nicht. Das sieht man den Gurt da drinnen leichten. Digga, ich kann jetzt ernst mit dem Finger wieder reinfahren. So, also Leute. Man sieht das. Man sieht es. Es ist Obst im Haus. Das sind verschiedene Auerstufen, wie schnell es ein Moped geht. Und Oliver, ich habe es jetzt auf 3 gestellt. Ah shit, here we go again. Ich bin gleich wieder da, okay? Schauen wir mal, wie schnell wir es... Was? Du fahrst doch von unten nach oben. Ja, ich fahr da drüben auf und dann komm ich her. Ja, aber schick mir den dann, weil ich brauch den auch. Du wisst Bescheid. Folgst uns auf Insta. Ganz unten in der Beschreibung, oder ganz oben in der Beschreibung natürlich. Und herzlich das an, dass Schatzerle heute wieder... ...Wahr von unten, aber voll schnell, ich mach gleich. Ja, mach ich auch. Ich schätze die da drüben. 3,80. Ich hab dir das gesehen, ich hab dir gesagt, das ist ja mal gesund, Alter. Oh fuck, Digga, was hab ich gemacht? Warte Digga die geht viel einfacher als hoch Digga das ist absolut heftig Die geht so fett hoch Ich habe jetzt echt Schiss seitdem das passiert ist Ja Digga Aua Ich weiß dass du es nicht gemacht hast Immer wenn ich auf null komme ab null geht gar nichts mehr witziger Da macht er gar nichts mehr kein Mucks mehr Was? Was? Ich probier mal Achso Was? 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 Ich mach das jedes Mal falsch! Ich hab gesagt, dass wir nicht zu weit fahren, der Trottel. Ah, ist egal. Ja, du halten fliege ich raus, oder? Der schaut zu schnell aus, Alter, holy shit. Stop, don't touch me there. This is 99. Ich mag blinken. Du bist recht hart, du bist schon nicht so mega. Ich bin nicht mal mit dem ersten Weg, Alter. Alter, bei mir ist das viel anders. David, hör auf mich zu. Aua, ein Blinker. Ja, danke. Ich habe Angst. Alter, ich schwöre. Du bist irgendwann einmal auf so einem Punkt, gell? Irgendwann kommt dann dieser Punkt, wo sich auch einmal voll beschleunigen anfängt. Was? Deswegen muss der länger sein. Das ist doch nicht einmal gesund, Alter. Na, jetzt habe ich ihn mit dem Stand, aber das reicht mir, Alter. Das reicht mir, Alter. Also, das ist unser kleiner Bonzer, ja? Also, den jetzt, also, der Rucksack schaut noch gesund aus. Den werden wir weiterverwenden, oder? Nee, Digga. Sieben Chicken Nuggets, Böckchen und Cola drinnen. Und... Wie viel nehmen die an arme Kinder? Genau, wahrscheinlich. Ich bin ein Arme-Team. Wichser. Das ist so... Ich bin ein Arme-Team. Du bist so klein. Der ist so klein. Hier ist es zu einer Arme-ysicalen Aarfe. Und da ist einfach nicht so geil. Und da ist nicht so geil. Das war ein Arme-gen. Und da ist nicht so geil. Und da ist auch ein Arme-ixel-amour. Du bist so geil. Vielen Dank.